Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Diesmal mal etwas anderes, nämlich ein 1 gegen 1 von einem guten Kumpel von mir. Diesmal ist es nämlich einfach so, dass ich einfach mal dieses 1 gegen 1 mit aufgenommen habe, da ich euch einfach mal zeigen will, wie man sozusagen ein 1 gegen 1 führt. Und dass ihr einfach mal lernt, vielleicht mal etwas ein bisschen dazulernt, weil er ist einfach schon ein Stück besser als ich. Und ich denke von ihm könnt ihr auch sehr viel lernen und einfach dadurch zuschauen. Und na dann Leute, von mir kommt auch dem nächsten neues Video. Also haut rein meine Freunde, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 You know what everybody thinks Has nothing to do With the dreams that I'm dreaming Cause I'm fighting for you With a sense of control And no one to be told All the things that I've said Just don't matter, no more Musik You know what everybody thinks has nothing to do With the dreams that I'm dreaming cause I'm fighting for you With a sense of control and no one to be told All the things that I've said just don't matter no more But if we could control what we do with our lives It would never remain as this unborn surprise Let's pretend we don't care like we don't give a fuck You just know it's a lie, it will end with a cry It will end with a cry All the things that I've said just don't matter no more All the things that I've said just don't matter no more You just know it's a lie, it will end with a cry Das war's für heute. 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 Das war's für heute.